Essen ist Genuss. Das gehört für mich auch zum Leben dazu. Also es muss schmecken. Leitprodukte schmecken mir eigentlich gar nicht so richtig. Aber ich bin da nicht so ein Prinzipienreiter. Jogolay. Mh. Mh. Cremiger als ich gedacht habe. Und fruchtiger. Die Erdbeerstücke sind sehr lecker. Schmiegt sich geradezu an an die Zunge. Der neue Zot Jogolay schmeckt noch cremiger, noch fruchtiger. Darf ich den auch essen? Und fruchtiger. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute.